hallo liebe community liebe gemeinde hätte jetzt fast gesagt ich bin wieder da mit einem neuen thema und das thema heißt die revolution der schweigenden hört sich das hört sich schon ziemlich pathetisch an ja beziehe mich auf den text von vor paar tagen auch und es wird um den rückzug gehen soll man sagen rückzug unseres landes soll man sagen den rückzug der menschen aus ihren jobs aus der gesellschaft also wir werden uns jetzt da mal ein bisschen durch pflügen durch das thema weil ich glaube dass es extrem wichtig ist am puls der zeit gerade zu bleiben und zu gucken wo stehen wir gerade in unserem land oder wo stehst du gerade auch gesellschaftlich in deiner familie in deiner partnerschaft ja gut zwei wichtige trend sind momentan auszumachen das eine ist vielleicht nicht so der knaller das ist so diese ja diese massive rückzug der menschen den wollen wir ja so ein bisschen erörtern und der zweite trend den ich gerade ausmache der ist ein bisschen erfreulicher dass das gute die werte das schöne das wahrhaftige die die ethik immer mehr wieder in den vordergrund kommt also fast ja ich nenne es fast mal provokativ nachher fast in ihnen ihnen trend geht wenn du so willst ja also es scheint nicht nur alles hier abzusaufen wie man so schön sagt ja gut dieses thema kam zustande weil ich vor ein paar tagen text auf social media gestellt habe telegramm facebook überall wo ich halt unterwegs bin und den habe ich auch genannt revolution der schweigenden aktuelle beobachtungen und dieser text hat wahnsinnig viel wellen geschlagen das ist immer natürlich auch spannend wie die leute reagieren ich habe ganz viele e mails gekriegt dazu ganz viele kommentare also die könnte überall auch noch nachgucken was die leute da so alles geschrieben haben und ich tue den mal ganz kurz nur vorlesen diesen kleinen text damit du weißt was hier momentan relevant ist und dann schauen wir das uns im einzelnen bisschen an und dröseln das auf also ich denke mal dass es sicherlich spannend wird also zunächst erst mal ein kurzer kleiner text aktuelle beobachtungen habe ich geschrieben die leute fragen sich gerade alle wo sind sie denn geblieben die arbeitskräfte die ärzte die lehrer das pflegepersonal die angestellten die können doch nicht einfach verschwunden sein fragezeichen doch viele ziehen sich zurück ok manche sind auch krank manche sind im vorruhestand oder sind psychisch angeschlagen durch die krise aber die meisten die meisten haben einfach keine lust mehr sich den buckel krumm zu arbeiten für ein marodes system geld anschaffen zu gehen für institutionen die es mit vollen händen für surreale projekte hinauswerfen es ist eine art arbeitsverweigerung etwas abfedern zu sollen was bis in die grundfesten hinein krank und morsch ist was das ist eine art revolution der schweigenden wie ich mal in einem einer älteren texte geschrieben habe eine revolution eine revolution des rückzugs ohne lautes geschrei lamentieren oder wurf geschosse auf den straßen ein konstrukt geht leise unter weil ihm die menschenenergie entzogen wird ein schiff beginnt zu treiben weil die rudere der galere den dienst quittieren also spannende zeiten und wir werden sehen was in der windstille passiert also das war der ausgangstext und da haben wahnsinnig viele leute geantwortet ich werde ich euch da ein paar einzelne stimmen jetzt auch vorlesen oder zumindest zusammenfassen weil es einfach spannend ist ja ich meine du siehst ja dass ich dass sich die leute überall zurückziehen machen wir uns nichts vor die bäckereien gehen ein die kliniken jammern über personalschwund pflegeheime ja apotheker hatte ich vorgestern eine dame wo gesagt hat in ihrem ort machen gleich mehrere apotheken geradezu also überall sind irgendwo rückzüge sichtbar geschäfte unternehmen handwerker also ich könnte jetzt noch und noch erzählen ja aber jetzt einfach mal paar stimmen auch für dich einfach um zu überprüfen ob du dich in irgendwas auch wieder findest du sagst ja indirekt bin ich eigentlich auch gerade auf rückzug von meinem job von der familie ja von gesellschaftlichen phänomenen ja und da müssen wir mal abgleichen wo du gerade stehst also hat zum beispiel eine altenpflegerin hat er gesagt ja also ich bin weggegangen aus meinem job da ist einfach zu viel druck sagt sie stress und es ist eine riesen ungerechtigkeit die gerade passiert ja unser ganzes gesundheitssystem ist krank zweite stimme op-schwester ich darf jetzt keine details sagen weil es sind oft ja auch klienten dabei die da sich äußern ja die jetzt tatsächlich ihren dienst quittiert hat und als metzgereiverkäuferin halbtags arbeitet weil sie sagt sie überbrückt lieber in der performance also dass sie diesen missständen noch weiter ihren zoll zahlt und das habe ich übrigens auch von mehreren als ich arbeite mit ärzten mit pflegekräften und und krankenschwestern auch ja das sagen viele dass eben hier missstände sind teilweise sind die op-s dicht ja werden über operationen verschoben warum weil überhaupt keine arbeitskräfte gerade da sind ich weiß jetzt von einer großen klinik namen will ich jetzt nicht nennen von 18 assistenzärzten sind vier noch übrig leute das müsst ihr euch mal vorstellen vier noch übrig ja gut nächste lehrerin hat geschrieben in irgendeinem kommentar war das ja sie würde 3800 brutto kriegen und da bleibt aber nicht mehr viel übrig sagt sie sie hat einfach keine lust mehr weil die hälfte geht weg über steuern über ihre fahrkosten die sie hat über die papier materialien diese besorgen muss ja und jetzt hat sie ich glaube eine bürokraft ist sie jetzt weil sie sagt da kriege ich kriege ich genauso viel muss nicht fahren habe nicht so einen aufwand von von was kann wie viele stunden 60 stunden hat sie glaube ich gesagt die woche und da muss 39 stunden arbeiten und da sieht sie nicht ein dass sie dieses system noch unterstützt ja nächste nächste geschichte jobvermittlerin großstadt sagt sie kann diese ganzen jugendlichen nicht mehr vermitteln weil da einfach eine null bocken mentalität da ist weil die keine perspektive mehr haben keine auch keine autoritäten teilweise mehr anerkennen können teilweise fehlt es an den qualitäten an den ausbildung sie sie ist verzweifelt sagt sie und sie sieht eigentlich das system zusammenstürzen in naher zukunft ja gut vorletzte geschichte weil ich meine ich könnte euch den ganzen tag solche stories erzählen aber nur dass immer so ein bisschen ein paar einblicke habt ja da geht es hier wer war das da kann ich selber fast nicht mal lesen ach ja itler arztbranche also das ist so einer der da in den arztpraxen rumfährt und da it mäßig irgendwas unterstützt er sagt dass viele ihre praxen eigentlich jetzt runterfahren oder ganz zu machen weil sie diesen wasserkopf nicht mehr ertragen dieses system sie merken vieles läuft nicht mehr richtig und ja sehen ich ein dass das dass sie da sich krumm und bucklig arbeiten ja also auch da und letzte letzte geschichte da erzählt eine mutter hat mir da erzählt von eben der c-krise hat um ihre kinder gekämpft und auch jetzt gerade was schon mit der maskerade und den bedampfungen druckbedampfungen und so weiter und hat dann ihren job verloren weil sie sich eben nicht hat behandeln lassen und jetzt steht sie da die kinder die jugendlichen kinder die jetzt erwachsen werden ziehen sich komplett zurück lassen die mutter komplett fallen und sie sagt es hat überhaupt gar keinen sinn mehr und lieber ich zitiere stirbt sie aufrecht als dass sie wie hat sie gesagt gebückt lebt oder so ähnlich ja also ihr seht es sind so zusammenfassungen wo die leute einfach merken da stimmt was nicht im stade nicht dänemark sondern deutschland hier ja und die sind ja nicht blöde ich man klar viele märkte ja die reden nicht drüber ja das sind ja auch viele ängste die da hier geschürt werden wenn den mund aufmachst dann kommt die flinte aus dem gebüsch plötzlich ja aber das kann uns keiner mehr erzählen dass die leute nicht spannen dass es hier hinten und vorne nicht mehr stimmt ja und deswegen ist es einfach so erklärlich dass die leute sich zurückziehen dass die systeme oder ordnungs koordinaten die bisher wirksam waren nicht mehr unterstützen wollen auch ja und das jetzt so was eintritt wie ja eine arbeitsverweigerung also ein schweigendes eine schweigende innere emigration wie einer von euch in irgendeinem kommentar auch geschrieben hat ja gut was was blüht in uns da natürlich jetzt ja ach so und im übrigen was ich noch annotieren wollte weil da waren auch teilweise ein bisschen sehr schräge kommentare dabei oder muss ich sagen da habe ich auch keine geduld mehr und kein verständnis mehr für wenn dann immer getönt wird ach bei uns geht es doch noch so klasse und so gut in deutschland und wir sollten doch mal draußen schauen im ausland was da alles passiert und die kinderarbeit da und wir müssten doch die fairtrade schokolade da kaufen und und wisst ihr leute es muss doch irgendwann auch mal der punkt kommen wo wir auch immer auf unser land gucken dürfen oder ich habe es ehrlich gesagt so satt in allen hunderttausend ländern da draußen zu gucken wo irgendwo jetzt wieder ein fahrrad umgefallen ist ja und wo ich mich hier ständig um um die welt kümmern muss ich kann nicht die welt retten aber ich kann vielleicht so in der nächsten nähe bei mir mal ein bisschen schauen was ist da im trüben wie geht es unseren kindern wie geht es unseren alten die dahin vegetieren ja und 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 wo 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 muss ich da vielleicht anpacken also bitte verschont mich mit solchen kommentaren ich bin nah dran ich lösche normalerweise so gut wie nie aber diese komischen konfusen ach uns geht es doch allen so gut gerade ja ich kann sie nicht mehr hören das soll einfach mein tag hier praktikum machen in meiner praxis und soll sich mal ein bisschen mit anhören wie viel leid gerade in unserem land unterwegs ist ja wie jämmerlich es vielen leuten geht psychisch und aber auch körperlich also dass jetzt nur so am rande gut was blüht uns jetzt wir müssen ja immer gucken ja vorausschauen was was blüht uns jetzt wenn jetzt sich so viele leute zurückziehen ist ja klar das ist nicht im sinne des erfinders ja weil irgendwie soll das system ja trotzdem gefüttert werden wir brauchen ja steuern wir brauchen gelder wir brauchen dienstleistungen und wenn jetzt die leute mehr oder weniger ihre arbeit niederlegen und sagen nee das system macht für mich keinen sinn mehr ja weil ich glaube nicht dass die deutschen drückeberger sind das haben wir in der vergangenheit in der in der geschichte sich mal bewiesen dass wir anpacken können dass wir wieder aufbauen können projekte stemmen können ja also ich glaube nicht dass hier die bevölkerung loslässt weil so lustig ist und weil ich einfach nur so mein benefit will und und ja mein leben nur genießen will ja aber die geschichte dass das hier jetzt eben viele ihre arbeit niederlegen oder sich zurückziehen weil die sinnhaftigkeit fehlt ja die wird jetzt beantwortet werden und das seht ihr ja jetzt auch wachsend dass hier der druck noch stärker wird sie ist auch oft in den jobs wurde wirklich der arm fast ausgeleiert wird und das letzte aus der achsel dir noch rausgequetscht werden soll ja der druck erhöht sich da wird mit angst mit panik geschürt ja da gibt es verordnungen da gibt es gesetze da gibt es noch neue druckmittel noch neue behördliche oder formale dinge die dich abdrosseln ja und ich sage da war eins also diese druckphase wird nicht mehr lang wirken sitzen meine also meine erfahrung ich meine ich habe jetzt 30 jahre in der praxis auf dem buckel da kannst du da kannst du schon ein bisschen ins vorausschauen ja und was ich sehe ist dass die leute einfach die nase gestrichen voll haben und dass die sagen ich bin nicht mehr ein gaul der sich vor jedem wagen spannen lässt ja und dann kann man auch mit peitsche oder wie nennt man das bei den pferden wo man hinten drauf haut mit der rute oder soja er könnte rum peitschen wie sie wollen ja weil wenn ein pferd kurz vorm abnippeln ist oder auf dem zahnfleisch auf dem rasen gerade kurvt da kannst du noch so hin auf das hinterteil hauen da geht auch nichts voran ja und die leute stehen ja jetzt gerade auf der kippe weißt du der schmerz der krümmung oder auch der demütigung oder was man mit den leuten macht die so auszubeuten ja der schmerz ist langsam größer als die rute die man denen auf dem buckel schlagen kann also da kippt dann irgendwas ja so was wird wahrscheinlich dann als nächstes gemacht können wahrscheinlich beobachten dann werden ersatzkräfte gesucht weil man kann ja nicht alles das boot muss ja fahren wir brauchen ja baggaleeren rudera haben ja gesagt ja und diese maßnahme dass man dann ersatzkräfte sucht vielleicht sogar billig kräfte aus irgendwelchen herren ländern also die schose wird auch nicht aufgehen weil ich um es mal vornehm auszudrücken ich glaube nicht dass bloß wenn man statt einem pferd jetzt ein zebra oder ein knu vor den wagen stellt und sagt ja du bist jetzt mal das ersatzzug pferd also die schose geht nicht gut ich glaube dass die meisten herrschaften die aus anderen ländern auch kommen um es mal wie gesagt elegant auszudrücken nicht unbedingt hierher gekommen sind um zugpferd zu spielen ja und ich sagte es nicht so daher gesagt das ist keine mutmaßung sondern ich bin ja in kontakt mit ihk mit mit nach sachen handwerkskammer oder vielen ich habe da auch viel meisterkurse damals gegeben vorher von ccc krise ich kriege mit ob hier arbeitskräfte als ersatz im hintergrund stehen und das sehe ich so nicht ja also das heißt diese ganze schose mit dem wagen wird so nicht hinhauen und dieser kran wird wie habe ich vorhin gesagt in in stillstand gehen ja und dann müssen mal gucken was war der letzte satz was passiert bei der in in dieser windstille ja gut jetzt gucken wir uns den rückzug als solchen mal an weil das ja wie gesagt ein breiten phänomen grad ist ja das ist abkoppeln hat normalerweise immer mit schmerzen auch zu tun also ich behaupte mal dass die meisten von euch die so im rückzug sind ja auch gesellschaftlich oder sagen lasst mir mal ruhe ja ich möchte von euch da draußen nichts mehr hören und sehen dass die das ja nicht freiwillig gemacht haben ja weil das hat ja immer auch damit zu tun also mit leid mit ängsten mit du 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 weißt nicht ja du kannst ja nicht planen das ist ja so unvorsehbar wenn du loslässt aus einem alten system du hast ja meistens noch nichts neues ja oder gerade wir empathischen leute oder die die high sensitive leute ja die machen sich nicht 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 einfach mit loslassen wir sind ja eh meistens die die sehr tolerant sehen die altruistisch sind die immer wieder das gute im anderen sehen die immer wieder helfen wollen und da muss es schon richtig zünftig zur sache gehen dass wir loslassen gibt es den spruch da muss ich die schnur quasi in die hand schneiden die oder da muss es fleischwunden geben dass wir diese schnur loslassen dieses seil ja also es ist sicherlich nicht irgendwas bösartiges was jetzt passiert die leute haben so einen druck die können das nicht mehr aushalten was teilweise in den jobs da draußen oder diese dieses unfaire diese große ungerechtigkeit geschieht können es nicht mehr aushalten und deswegen diese diese prozesse des rückzugs ja die mit sehr viel selbst zweifeln natürlich auch zu tun haben ja vielleicht an der stelle noch eine kleine warnung weil viele sagen naja ich kriege jetzt in meine höhle zurück ja es darf nicht für immer sein oder es ist auch gefährlich wenn ich jetzt auf eremit mache ja und mein ich brauche jetzt meine spiegeleier in der höhle bis zum zum bis in die kruft falle ja gehen nur noch vielleicht zum pinkeln vor die höhle ja es ist psychisch auch nicht so der knaller weil die psyche gewöhnt sich an diese antisozialen rückschritte ja irgendwann bist du dann nicht mehr richtig kompatibel mit menschen also ich sagte ganz ehrlich dieser höhlen rückzug ja darf sein damit du dich sortiert der darf sein dass du deine müdenknochen des galären ruders wieder in ordnung bringst wieder bisschen wirbelsäule hoch ziehst ja dass du gesundes das darf sein als heilsamer prozess es muss aber auch der ort des gedeihen sein ja ein ort wo du in die kraft kommst damit du evolutionär wieder mit nach draußen gehst und gesellschaftlich vielleicht was neues mit aufbaust ja also die insel der seligen ist sicherlich unter tage in einer höhle nicht unbedingt der ort der verheißung sagen wir mal so ja gut und lass mich das noch mal in einem kleinen prozess vergleichen weil ihr wisst ja ich habe ja gar nicht mehr diese diesen vergleich mit mit pflanzen oder samen ja und das was ja jetzt passiert weil alle sagen ah wie schrecklich und dieser sturm dieser wind und alter das alles ganz furchtbar ja dieses ohnwetter dieses dunkle schau mal das ist ja im grunde genommen nichts anderes als im prozess wo ein sturm ein baum wackeln lässt oder erschüttert die pflanze dass die dass die samen einfach zu boden purzeln dass die sich abkorken dass die sich ablösen dann erst hast du doch die samen ja also dieser prozess der verwirren ist oder des torkelns oder der unruhe der anspannung der aggressionen ist ein abkorkungsprozess so und dann ist natürlich jetzt der die der samen die ins erdreich geht der ist sicherlich auch nicht begeistert vielleicht oder dieselben gefühle und sagt nur wie dunkel ist es denn hier oder gibt es ja keine perspektive da ist ja kein licht ja da kann ich ja da bin ich ja vollkommen eingekastelt oder in ängsten oder in der todesangst sogar ja also blödes beispiel vom vergleich aber ihr wisst was ich meine aber ganz ehrlich gesehen braucht es ja den den druck oder es braucht die dunkelheit es braucht die absolute stille da unten dass dieser samen dann würzelchen erst mal treibt also fuß fasst boden unter den füßen kriegt und dann über sich raus wächst also du hast wieder diese vertikale die ich so oft benannt habe in den videos ja und das ist ein prozess der muss sein ja klar kannst du auch sagen nee also ich habe jetzt gar keine lust auf dunkle erden krumme ich habe überhaupt keine lust jetzt in mich zu gehen und in die stelle zu gehen ist deine wahl du kannst dich auch flach legen auf die erdoberfläche und kannst sagen ach wie schön schön kuschelig und sonnig hier aber ich glaube nicht dass es für dein gedeing gut ist weil du austrocknest also du darfst in die horizontale du darfst in die kognitive dissonanz du darfst dich verweigern du darfst verdrängen du kannst zeitlich in konsum gehen in die events du kannst deine freunde besuchen du kannst reisen du kannst auch die flucht ins ausland aus antreten all diese dinge kannst du tun aber ich glaube nicht dass es zu einem brot oder nur bedingt zu einem eigenen wachstumsprozess führt und da am rande ja auch als ich will mich ich ich breche jetzt kein stab über die leute die ins ausland gehen ich kenne ich habe genug hier leute mit denen ich in der praxis arbeite die vom ausland her aus mit mir schaffen ja aber ich glaube dass es teilweise auch eine art von flucht ist weil man sich bestimmten dingen nicht ja weil man sich nicht konfrontieren will und ich habe allein jetzt fünf fälle ja wo die leute jetzt irgendwo hocken in mallorca in in was ist es denn alles südamerika wo ist es noch ungarn also die hocken da im ausland haben sich das alle ganz furchtbar toll vorgestellt und teilweise heulend am telefon war ja ich habe hier keine freundlichkeit mit der sprache komme ich bei der behörde nicht weiter war ja ich habe mein geld hier verzockt viel zu teuer jetzt kann ich nicht mehr zurück also es ist es muss nicht nur gut sein es kann gut sein wie also wenn jetzt in dem fall habe ich eine dame die wegen den kindern nach dänemark ist weil sie wegen der beschulung war es schon in der in der c krise weil sie ihre kinder schützen wollte ich meine es gibt sicherlich gründe dass ich auch ins ausland gehe aber ich denke auch dass die ja schon viele von uns besser bedient sind wenn sie in der erdgrube bleiben wo ja wo das fällt gerichtet ist für sie aber wie gesagt dass du kannst eine andere meinung dazu haben dass das darf sein aber ich werde sicherlich mit meinem poppest hier in deutschland bleiben also wenn mir jetzt nicht ein donnerkeil auf den kopf fällt und sie mich hier mit bare raustragen werde ich wahrscheinlich hier noch ein bisschen kräftig wurzeln schlagen aber das nur am rande gut kommen zurück zum samen du erinnerst dich also wachstum wurzeln nach unten und jetzt musst du allerdings auch mit einem phänomen rechnen dass nämlich in dem moment wo jetzt die ersten keime kommen und das ist die gute nachricht dabei ich habe viele leute die hier schon wurzeln geschlagen haben und neue projekte haben ja die wachsen und gedeihen ja der eine macht kunst der nächste macht gerade physiotherapeut der nächste macht gerade in mit mit so so alten was schon so senioren treffen andere schafft mit kindern inzwischen das sind so viele klasse ideen und die spitzen jetzt so wie pflänzchen durch aber was ist jetzt was passiert jetzt da müssen wir ganz schwer damit rechnen jetzt kommt da jemand mit großen rasen mehr mit riesen fangsack und will diese löwenzahnköpfe wenn du so willst alle abrasieren warum weil diese löwenzahnköpfe ja wieder die samenspender sind für millionen nachkommen also das sind ja ist ja die vorhut quasi von einem sagen wir mal für dunkel energien unkraut was verhindert werden soll ja und da müssen wir uns ein bisschen darauf einrichten weil hier jetzt und das siehst du auch sehr flächendeckend mit rasen mehr durch die gegend geschoben wird und alle die irgendwo so bisschen vorreiter sind oder leuchttürme oder impulsgeber ja da den geht es ja an den kragen also uns geht es ja als aufklärer auch nicht immer so toll hier im netz das habt ihr ja auch schon mitgekriegt dass sie uns da irgendwo packen wollen mit fake accounts oder irgendwelchen trollen oder oder sonstigen leutchen die das leben schwer machen sollen ne gut vielleicht kleiner einwurf noch her weil der gedanke kam ja vorhin auch noch so ein bisschen also ich glaube dass das was gerade jetzt läuft auch weißt du wie so wie so wie so eine art test test parcours ist ja weil hier einfach durchgetestet wird wie reagierst du vielleicht ist das ja wirklich so eine art auslese wie schon ein paar meinen videos gesagt habe ja weil guck mal an was jetzt so die letzten jahre passiert es fordert ja immer irgendwelche entscheidungen von uns ja das geht ja los mit dieser weißt schon mit dieser gesundheitlichen wohltuenden behandlung ja du konntest dich drei vier mal entscheiden für oder wieder ja du musstest dich entscheiden wie verhältst du dich gerade ja bist du pro sozial förderlich für die gesellschaft hilfst du unterstützt du oder bist du wie bei diesem milgram experiment derjenige der den anderen ja vor die flinte liefern würde ja und das haben wir ja teilweise leider auch vielfach mitgekriegt die maskerade ist ja gefallen ob jemand da zu bestimmten dingen fähig wäre oder auch andere leute eliminieren oder isolieren würde also das muss so als denk anstoß ja so dann was ist und was sie noch text bist du auf der flucht negierst du gehst du in die kognitive dissonanz verdrängst du ja ist auch eine art entscheidung oder aber auch was an jeden von uns herangetragen wird inwieweit bist du bereit bist du bereit einen deal mit einer nicht so ganz ethisch sauberen liga zu machen bist du bereit bist du bereit einen deal einen pack zu schließen einen mephisto weißt schon faust mephisto deal du kriegst einen benefit dafür wenn du schön brav bist und schön dich vor den wagen spannen lässt und schön mit agierst ja damit da bestimmte legenden durch transportiert werden ja also für mich sehr spannend zu beobachten welche entscheidungen fällen welche leute ja was natürlich für uns auch nicht so schlecht ist also für mich muss ganz ehrlich sagen von meinem alten freundeskreis ist so gut wie nichts übrig geblieben und ich habe unglaublich viele neue bekannte freunde gleichgesinnte getroffen reinen herzens ja wo ich sage das hat so eine hohe qualität diese beziehungen diese kontakte also zumindest was das angeht sozial kontakte möchte ich die zeit nicht mehr rückwärts drehen ja aber weiß nicht wie es euch geht ja vielleicht geht es euch ähnlich punkt den ich noch ansprechen will damit ich euch auch ein bisschen die angst nehmen von dem was gerade passiert das was jetzt gerade passiert dieser rückzug diese dieses durchs nadelöhr sage ich ja immer gehen ja hat fast die gleiche abfolge wie wenn sich ein mensch der in einer toxischen konstellation war partnerschaft familie mobbing prozesse ja wie der es schafft da rauszukommen ich zähle jetzt gleich mal die schritte auf dann kannst du auch ein bisschen gucken wo stehst du vielleicht ja und siehst auch dass das normalerweise an den horizont führt also man braucht nicht so angst zu haben weil es schritt für schritt eine seinen gang geht ins licht rein wenn du so willst ich zähle dir jetzt mal die schritte auf und du guckst mal also wie es jetzt so im klein ist ob es im großen auch ähnlich ist gut der erste schritt ist immer der dass du angst vom loslassen hast also wenn du zum beispiel jetzt merkst in irgendeinem job du kannst es nicht mehr unterstützen weil du sagst da fehlt es hinten und vorne an der ethik oder an an achtung an wohlwollen ja an 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 den grundwerten ja hast du normal immer angst vor der loslösung weil weil man glaubt man kommt um wenn man sich aus dem system löst also was ja vorher wie ein korsett oder ein koordinatensystem der stütze war der zweite schritt ist immer dass dann der schmerz zunimmt also gerade die die mit psychopathen oder narzissten zusammen waren oder emotionalen ja hochtoxischen persönlichkeiten die wissen dass es einen wahnsinnigen schmerz braucht einen wahnsinnigen druck dass wir überhaupt loslassen ja und deswegen bitte auch nicht hat dann wenn es manchmal ganz ganz grauslich wird oder sich etwas zu spitzt in der familie oder in der partnerschaft weil du wirst sehen das sind dann oft die punkte wo man es überhaupt schafft dann aus der konstellation auszusteigen die dritte phase ist jetzt die angst nicht überleben zu können also viele die zum beispiel auch aus jobs aussteigen oder bestimmten konstellationen jetzt ja haben immer erst einmal die angst oh gott ich schaffte es nicht keine ahnung ich habe keinen plan ich weiß nicht wo kann ich einen neuen job kriegen ich habe keine orientierung ich weiß überhaupt nicht wo wo es hingeht jetzt auch mit der zeit oder ökonomisch oder sonst wie ja es ist eine vorübergehende kurze phase der neuorientierung und die ist immer mit ängsten erst mal begleitet die aber nichts dann mit der realität zu tun haben weil der nächste schritt ist immer die da ist ist immer der dass du dann wirklich die ersten würzelchen bildest also inmitten dieser dunkelheit vergleichst wieder mit dem samen ja und du siehst plötzlich dass es wächst und gedeiht und deine projekte dir gelingen ja also ich habe fast ich kann mich nicht erinnern irgendeinen fall wo jemand danach dieser kurzen trauer oder angstphase nicht plötzlich mit sieben meilen stiefel losgelegt hat und hat dann ein projekt nach dem anderen fabriziert und hat endlich wieder schnaufen können und und praktisch auch umsetzen können also bleibt da bitte in der zuversicht der nächste schritt ist sind widerstände du erinnerst dich an den rasenmäher mit dem großen fangsack ja das wird eintreten keiner in deiner umgebung deiner ja oft leute die missgünstig sind neidisch oder dich benutzt haben wird es klasse finden wenn du da als löwenzahn dich durchbohrst und sagst oh ich fange hier da oben ein neues leben an ja und da musst du auch manchmal in den widerstand gehen und sagen lasse ich mir ich lasse mir meine neuen werte oder die rückbesinnung auf mein potenzial auf meine freude auf meine güte auf mein auf alles was mich ausmacht lasse ich mir nicht mehr nehmen ich lasse mir das nicht mehr vom teller näher und das ist das was ich eben auch meine das bildet sich gerade als trend ab ich sehe es kollektiv leute ich sehe klar habe ich hier kein ponyhof in der praxis oder wenn ich über video oder telefon sitzungen halt ja aber ich kriege auch viel mit dass hier das gute schöne wahre ein trend wird die leute haben so die nase gestrichen voll dass ein großer hunger entsteht in diese natürliche göttliche ordnung wieder in das was liebe ist auch schon so ausgelutschtes wort oder oder wahrhaftigkeit ausmacht und das siehst du auch daran dass dieser trend massiv kopiert wird inzwischen von der dunkel liga das ist ein ganz ganz klarer beweis weil die haben ja früher den ton angegeben die waren ja die trendsetter und haben gesagt so das ist das bild der familie und bild der frau und vom mann und narzisstische beweggründe sind wichtig konsumieren selbstoptimierung karriere das waren die trends und jetzt guck mal bitte hin ja alle säuseln sie inzwischen rum ach da ein bisschen werte und naturschutz ist ja auch gut und da machen wir ein bisschen spirituell und da macht man auf die familie und die partnerschaft pflegen das ist doch alles süß das sind doch alles trojanische pferde ja wir wollen doch die kriegerlein unten aus aussteigen das siehst du dann oft auch in diesem ganzen geschmeidigen lächeln oft dieser leute die eigentlich die dunkle agenda bedienen siehst du dann immer die reißszene irgendwann zwischendrin mal durchblitzen weil sie diese 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 werte nicht durchhalten können es ist maskerade aber da habe ich ja auch schon videos zu gemacht ja gut also das so ein bisschen als einfach auch ein bisschen dass ihr in der zuversicht bleibt weil alles eine natürliche bewegung hat wisst ihr das ist klar haben wir hier eine schaukelanlage und keiner hat sich jetzt drum gerissen durch diese komische zeit zu gehen aber es ist ein evolutionäres vorankommen das bestimmte schritte und phasen hat ja und wir können dazu versichtlich sein weil sich das blatt irgendwann wendet ich bin auch ich bin auch kein prophet ich weiß nicht ob das in zwei monaten ist oder in fünf jahren oder ich kann es euch nicht sagen aber das blatt wird sich wenden ja wer hilfe braucht bitte mittags anrufen keine briefe schreiben ich kann sie nicht mehr lesen das wisst ihr ja und dann schaue ich ob ich für psychologische begleitungen noch termine für euch frei habe also einfach mal unverbindlich bitte anrufen mittags und dann plaudern ob ich euch noch unterbringen kann ja so jetzt kommt noch mein kleines gedicht ja es ist ein zwei strofen länger aber hört bitte mal rein es ist mir sehr sehr wichtig weil ich habe es wieder verpackt als was irgendwie so bisschen vor sich hin tänzelt wie so ein märchen aber wenn ihr genau zuhört ist hier eine es ist eine metaphorische geschichte das ist ein transfer in eine lage die sich mit unserem land die verwandtschaft hat sagt man es mal so also horcht rein hat eine ganz starke im ganz starken bezug zu dem was ich euch gerade versucht habe theoretisch zu erzählen und zwar heißt es der stern also sterntaler ein deutsches märchen mein schönes kind dir wird genommen was dürfte ich du am körper trägst es scheint als habe das gewonnen was stets bekämpft was lebt und wächst gierig reißt es dir vom leibe hemmt und kleid in deiner not schlingt in sich wütend letzte scheibe von deinem kargen restlich brot dort stehst du nun im deutschen wald es bläst der wind wie wird dir kalt ahnst hilflos dich schon im verderben und dass es zeit ist nun zu sterben doch hör gut so nicht nur im märchen singen morgen nah die lärchen führen im flug dein blick hinauf wo plötzlich reißt der immer auf dein blick noch ängstlich sie dort blinken das licht die sterne glitzernd sinken auf dein leib auf deine glieder wie tau legt lebenskraft sich nieder wie im schleier eingehüllt sich herz und stirn mit schein erfüllt die kindlich kleine lichtgestalt verlässt als königin den wald nicht welten kleider hüllen dich ein sternen staub wird umhang sein nicht trockenes brot wirst du verzehren nein himmlisch quelle wird dich nähern ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen däumelt wieder ein bisschen verteilt die videos ich brauche euch ihr wisst bescheid ja und ich freue mich auf eure kommentare eure susanne loray bis nächste woche am sonntag tschüss eure susanne dann Vielen Dank.